Wie handelt es sich bei dieser Urkunde um eine Pergamenturkunde? Bei dieser Urkunde handelt es sich auch wiederum um eine Pergamenturkunde. Anders als bei der eben erwähnten Urkunde bei dem Testament von Lüdecken-Siedens nur, handelt es sich hier allerdings um einen lateinischen Text. Erst im 14. Jahrhundert kommt allmählich der Wandel zum Niederdeutschen. Im 13. Jahrhundert herrscht eben noch das Lateinische als allgemeine Verkehrssprache vor. Übersetzt heißt der Text dieses Bündnisvertrages zwischen den drei wendischen Hansestädten so, das ist eine freie Übersetzung, Allen getreuen Christi, die diesen Brief erhalten werden, entbietet die Gemeinschaft der Städte Lübeck, Rostock und Wismar Heil im Erlöser der Welt. Da viele Kaufleute, die um der göttlichen Gnade willen mit Handelswaren über die Meere segeln, wegen der Angriffe der Piraten und Räuber weder wahren Frieden noch wirkliche Sicherheit haben, beschlossen wir im gemeinsamen Rat mit der vorliegenden Urkunde allen zu verkünden, dass alle diejenigen, die Kaufleute in Kirchen, auf Friedhofen, zu Wasser und zu Lande berauben, keinen Frieden haben werden, sondern von den vereinten Städten und Kaufleuten geächtet werden. In welche Gebiete die Räuber auch immer mit dem Raub gehen werden, welches Land oder welche Stadt sie zum Raub ermutigen wird, sie alle werden wie die Räuber von den vereinten Städten und Kaufleuten angeklagt und geächtet werden. Gegeben im Jahr der Gnade, 1259, 6. Dezember. Gleute Gleute Vielen Dank.